Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich heute sehr, Ihnen meinen Vortrag hier in den nächsten 20 Minuten vorzustellen, mit täglichem Coaching in der Kaskade herausfordernde Ziele zu erreichen. In den nächsten 20 Minuten wird es darum gehen, wie haben wir es bei Ileman geschafft, neue Herausforderungen anzustreben, ins Unternehmen zu integrieren und das Gleiche mit innovativen Technologien, ja, diese ins Unternehmen zu rücken, in den Fokus der Mannschaft. Doch bevor ich auf den Vortrag eingehen will, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Christian Berlinecke, ich bin 35 Jahre alt, ich bin seit fast neun Jahren bei der Ileman AG und bin seit fünf Jahren verantwortlich für den Bereich Produktion und Logistik, sowie für alle Lean, aber eigentlich mehr für die Cutter-Themen. Die Ileman AG, für die, die uns nicht kennen, wir sitzen in Braunschweig, wir sind ein Electronic Manufacturing Service Dienstleister, wir sind ein Lohndiensterleister ohne eigenen Produkte in der Elektronik. Wir machen einen Umsatz von ca. 35 Millionen Euro mit ca. 200 Mitarbeitern, davon sind 150, 160 Mitarbeiter in der Produktion angesiedelt. Unser Kundenspektrum sieht so aus, dass wir ca. 60 unterschiedliche Kunden haben und 1000 Produkte, 1000 unterschiedliche Produkte im Jahr für unsere Kunden fertigen. Damit Sie ein Gefühl kriegen, was denn sowas sein kann, Sie sehen hier auf der linken Seite, Sie sehen eine bestückte Platine, sowas werden Sie sehen, wenn Sie an der Autobahn langfahren und Sie sehen Windkraftanlagen. Die Steuereinheiten dieser Geräte kommen von uns oder wenn Sie leider mal ins Krankenhaus müssen, wir sind im Bereich der Medizintechnik, die Produkte finden Sie in fast jedem OP-Raum. Sie finden uns auch, wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren, die Diagnosegeräte für die Kfz-Zulieferindustrie montieren wir auch. Das heißt, wir machen nicht nur reine Elektronik, sondern alles, was davor und danach dazu ist, dass man diese anwenden kann, gehört zu unserem Portfolio. So, Schluss mit der Werbung. Was haben wir in den letzten acht Jahren mit der Kata bei Ileman gemacht? Wir haben vor acht Jahren begonnen, unsere Produktion ein Stück weit zu restrukturieren. Wir haben Wertströme aufgenommen und hatten einen hohen Fokus draufgelegt, wo sind unsere Bestände, was sind die Durchlaufzeiten und wir mussten den Fokus drauflegen. Wir sind relativ schnell mit Gerd Aulinger auf die Idee gekommen, Verbesserungskatter, ich glaube, das hieß damals noch gar nicht so. Wir haben mit Ist-Zuständen angefangen, mit Zielzuständen und haben festgestellt, dazwischen funktioniert eine ganze Menge gar nicht. Das haben wir kontrolliert, ja, versucht, damals hieß das auch nicht Coaching, also das gab es, glaube ich, noch gar nicht. Da haben wir dann wirklich geguckt, ja, was müssen wir tun, um das eine Hindernis wegzukriegen, um näher zum Ziel zu kommen. Damit haben wir angefangen. Somit hatten wir dann die ersten Handschuße, ich glaube, ich war der erste oder zweite, doch das hieß noch nicht so. Somit haben wir angefangen, Prozesse zu verbessern. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, die Problemlösekapazität hatten wir gar nicht im Unternehmen. Wir hatten ein, zwei Leute, es war eine ganze Truppe in den Schulungen mit dabei, aber wir hatten die Fähigkeit gar nicht. Das heißt, bevor wir in die Fläche gehen konnten, uns der kompletten Produktion anzunehmen, ging es erstmal darum, Handschows schaffen. Wie haben wir das gemacht? Das haben wir gemacht wie im alten Florenz, wo der Schüler mit dem Lehrmeister jahrelang mitgelaufen ist. Das mussten wir unseren Handschuh-Azubis nicht antun. Die sind ein Jahr mitgelaufen, ein Jahr mit einem erfahrenen Handschuh mitgelaufen, um alle Fähigkeiten ein Stück weit zu erlernen. Ab da war die Fähigkeit da und das haben wir an vielen Stellen gemacht. So hatten wir in der Fläche eine ganze Menge Handschows, eine ganze Menge Prozessverbesserer. Somit konnten wir dann unsere Verbesserungsaktivitäten in die komplette Fläche ausrollen. Das heißt, überall in der Produktion sehen Sie, wenn Sie mal vorbeikommen, Sie sehen Ist-Zustände, Zielzustände. Wir verbessern die Prozesse. Wir haben dann irgendwann festgestellt, wie führen wir unsere Handschows? Wie funktioniert das? Da kam das Buch von Mike Rota, sehr passend, die Toyota-Charta. Das haben wir uns ein Stück weit zu eigen gemacht. Wir haben dann in der gesamten Produktionsrunde alle das Buch gelesen. Wir haben die Hälfte nicht verstanden. Ich glaube, wir haben es drei oder viermal gelesen. Wir hatten eine externe Unterstützung, um dort weiterzukommen. Wir haben dann das Thema Coaching-Charta komplett auch in die Fertigung reingetrieben. Unser Anspruch war, dass jeder Mitarbeiter, der Personal führt oder fachliche Themen hat, dass wir all diese Themen mit der Coaching-Charta abdecken. Das heißt, jeder, der Personal hat, musste seine Handschows mit der Coaching-Charta führen. Das war nicht ganz leicht und das hat eine ganze Menge Zeit gekostet, dass man den Mitarbeitern das ein Stück weit vorlebt. Das funktioniert nur, wenn wir Führungskräfte vor Ort sind, dem eine gewisse Bedeutungsschwere einräumen und regelmäßig dabei sind. Anders funktioniert es nicht. Das haben wir gemacht und somit war der Fokus in den letzten Jahren bei uns, ja, Coaching-Qualität. Ein sauberes Hindernis, ein sauber beschriebener nächster Schritt und eine qualitativ, also auch quantitativ hochwertige Erwartungshaltung. Nicht, wir machen mal irgendwas, sondern was genau erwartest du aus deinem letzten Schritt zu lernen? Das musste einfach sauber werden. Das haben wir in den letzten Jahren extrem vorangetrieben. Was waren die Erfolge? Die Erfolge waren, gut, Bestände runter, Durchlaufzeiten runter, Reklamationsquoten runter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wir hatten einen Umlaufbestand von über 4 Millionen in 2008, der liegt jetzt irgendwo bei 800.000. Das ist dramatisch, wenn Sie sehen, wir hatten das Problem, wir haben überlegt anzubauen. Die Produktionsflächen haben nicht gereicht. Nach einigen Jahren haben wir festgestellt, ja, wir haben ja noch Platz, wir können ja noch mehr Geschäfte mit bestehender Infrastruktur generieren. Wie haben wir das hinbekommen? Wir haben, dadurch, dass wir die Handschuhe hatten, flächendeckend den 1&1-Fluss in die Produktion eingeführt. Das heißt, Sie sehen überall U-Zellen, sie sind alle skalierbar, ob Sie nun drei oder vier oder fünf Leute brauchen. Diese Zellen sind selbst gebaut und sie wachsen. Sie werden größer oder halt auch kleiner. Rüstkonzepte für alle Bereiche, weil wir sind ein Lohnfertiger und wir müssen ganz schnell von Produkt A auf Produkt B, da haben wir einen extremen Fokus drauf gelegt, das in der Fläche. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Technologien haben wir uns angeeignet. Wenn wir irgendwas nicht beherrscht haben, aber da komme ich jetzt im Zuge der Folien noch drauf zu, dann haben wir uns das angeeignet. Wenn ein Kunde kommt und sagt, könnt ihr das Thema vergießen von elektronischen Baugruppen? Nein, aber in drei Monaten kommt wieder, wir nutzen die Kata, wir lernen das. Soweit die Erfolge. Vor welchen Hindernissen standen wir? Ja, vor einem Jahr. Wir haben eine ganze Menge Lean-Aktivitäten gemacht. Coaching konnten wir so halbwegs. Wenn Herr Aulinger kommt, sagt er immer noch, Mensch, das habe ich aber schon mal besser gesehen. Hat er recht. Das heißt, die Kritik von außen ist dringend von Nöten. Aber wo standen wir? Wir haben erfolgreich die Verbesserungsaktivitäten gelebt. Ein Manko war, es war nicht sichtbar. Es ist in Excel-Matrizen verschwunden. Da stand dann drauf, okay, wer betreut das Thema? Was ist das Ziel? Wer ist der Handschuh? Wer ist der Verbesserer? Wie oft wurde es gemacht? Das war alles in Excel-Listen. So weit, so toll. Aber wer guckt jeden Tag in Excel-Listen? Ich nicht. Wie sind die Themen zueinander verbunden? Auch mehr schlecht als recht. Ja, man gleicht ab, okay, gut, mit dem Thema können Sie Überschneidung geben oder mit dem anderen. Aber ja, richtig sauber war das auch nicht. Was aber noch viel schlimmer war, die einzelnen Baustellen zusammen ergeben kein Ziel. Für uns war irgendwann klar, wohin soll es denn jetzt gehen? Wollen wir munter verbessern? Was müssen wir denn verbessern? Was ist das Wichtige? Was sind die wichtigen Themen? Und das war ein Stück weit der Punkt, wo wir standen, dass wir gesagt haben, wir brauchen doch irgendwann mal ein Ziel von der Unternehmensebene, von der Vorstandsebene bis auf die Minuten der Prozessebene, wo wir uns alle dran langhangeln können, um die richtigen Sachen zu machen. Nicht nur um etwas zu machen, sondern um die richtigen Sachen zu machen. An der Stelle kam die Coaching-Kaskade, die Sie von meinen Vorrednern Gerd Aulinger und Bernd Stegenbauer schon anschaulich gehört haben. Wir haben losgelegt. Wir kennen unsere Wertströme, wir haben zwei Wertströme herausgearbeitet und haben festgestellt, okay, das sind zwei Prozesse, die müssen wir auch in den nächsten zehn Jahren vom Allerfeinsten beherrschen. Und das hieß dann, die Bestandsziele, die Bestandsziele auf der obersten Ebene, mein Chef hat mich an der Stelle gecoacht, müssten wir runterbrechen, mathematisch sauber runterleiten über die Bereichsebene in die Prozessebene. Ja, wir sind klein, da hat man halt nicht ganz so viele Ebenen, ist ein Vorteil, aber geht trotzdem. Man muss das sauber runterbrechen. Und was ganz wichtig ist, alle Themen, die für die Erreichung des übergeordneten Unternehmensziels an der Stelle wichtig sind, müssen mit aufgeführt sein. Nicht, dass hinten dann einer aus der Ecke sagt, ja, aber das habt ihr noch vergessen. Deswegen klappt das alles gar nicht. Also man muss da sauber sein, ansonsten funktioniert dieses Herunterbrechen der Ziele nicht. Zum Thema Problemlösekapazität. Wir haben sie uns geschaffen, aber sie ist auch bei uns nicht unendlich. Auch wir stehen im Wettbewerb in der Verdrängung und müssen viel operativ tun und können nicht alle Probleme lösen. Wir haben ganz klar gesagt, wir fokussieren uns auf zwei Wertströme, die wir mit der Coaching-Kaskade runtergebrochen haben. Und die anderen Ziele versuchen wir ein Stück weit mit einzubeziehen, aber bestimmte Themen haben wir auch wegfallen lassen, wo wir gesagt haben, die sind nicht so wichtig. Es gibt Themen, die sind wichtig und es gibt Themen, die sind nicht wichtig. Wenn sie irgendwann wichtig werden, dann werden sie in der nächsten Coaching-Kaskade, nächsten Ziel, dann mit berücksichtigt werden. Jetzt habe ich über die Coaching-Kaskade berichtet. Habe ich hier so ein, okay, dann mache ich es theoretisch. Auf der obersten Ebene haben wir ein Bestandsziel. Haben wir irgendwo so einen Pointer? Der weiße, oh, der ist super. Auf der obersten Ebene sehen wir hier, da haben wir ein Bestandsziel von 400 Baugruppen zwischen zwei Prozessschritten. Also ich will einfach mal das Runterbrechen der Wertströme an eines Beispiels klar machen. Das heißt, wir haben hier ein Bestandsziel, das ist mein Ziel, da muss ich 400 Baugruppen zwischen zwei Zielen, muss ich die Bestände erreichen. Um das zu machen, muss ich ein EPI von einem Tag für eine wichtige oder eine unserer wichtigsten Baugruppen von mir, von sechs Baugruppen, jeden Tag sechs Stück produzieren und das fünf Tage die Woche. Nicht ein Tag die eine, ein Tag die andere. Nein, ein EPI von eins, sonst würde ich das übergeordnete Bestandsziel nicht an dieser Stelle hier erreichen. Das Ziel ist nur zu erreichen, wenn wiederum mein Mitarbeiter, der Herr Schawinski, es schafft mit seinem Handschuh, der Frau den Neuf, es schafft zwischen jedem Produkt zu wechseln. Das sind 7,3 Minuten zu schaffen. Wenn er das nicht schafft, rennt uns das Ziel hier auf der Ebene weg und somit auch das Ziel hier oben. Und das weitere, drei Prozest-Takte bis grün. Sprich, Sie haben eine Vorgabezeit von beispielsweise zwei Minuten, der vierte Takt muss innerhalb der Vorgabezeit vonstatten gehen. Sie müssen sehr, sehr schnell in der Lage sein, Ihre Prozesse eingeschwungen zu haben. Wenn Sie das nicht schaffen, brennt Ihnen die ganze Kaskade, brennt Ihnen weg. Wie funktioniert das? Herr Stegmer hat es schon anschaulich gesagt. Die Coaching am Prozess finden immer deutlich früher statt als sämtliche Coachings auf den Ebenen danach, als auch die Ebene dann zum Vorstand hin. So etwas läuft über den Tag über. Und ja, Sie müssen sich ein Coaching wie folgt vorstellen. Ich wechsle mal diese Seite. Ich coache meinen Herrn Schawinski und während seines Coachings mit ihm berichtet er mir direkt von den Karten, die wir hier sehen. Was war der letzte Schritt? Was wurde gelernt? Was ist das aktuelle Hindernis? Wie geht es weiter mit dem nächsten Schritt? Das berichtet er mir permanent. Somit weiß ich jeden Tag binnen 15 Minuten, binnen 15 Minuten weiß ich, was geht in meiner Produktion vonstatten. Und wenn er mir das berichtet hat, berichtet er mir von seinem letzten Schritt. Wenn irgendein Problem hierbei auftritt, eskaliert das mir hoch. Ich bin ja im Thema. Ich bin ja jeden Tag da. Ich kann entweder sofort entscheiden und sagen, okay, wir haben hier einen Invest, ist entschieden oder der Invest ist zu groß. Ich spreche nachher nochmal mit dem Chef, versuche ich mal durchzuboxen. Also man ist unglaublich schnell dran und man hat eine ganz schnelle Rückmeldung. Zu den Karten möchte ich noch eins sagen. Die Karten sind bei uns grün, grün oder rot. Grün, wenn wir uns zum Zielkorridor befinden, wir messen permanent den Ist-Zustand gegen den Zielzustand und wir schreiben wirklich jedes Mal auf, was war aus dem letzten Schritt gelernt, was das aktuelle Hindernis ist, was ist der nächste Schritt. Das schreiben wir wirklich jedes Mal auf. Und wenn ich ein Coaching habe eine Woche später und ich gucke auf die Karte, ich bin sofort im Thema. Das ist nicht in irgendwelchen Schubladen versteckt, das ist nicht weg. Es ist da. Und ja, soviel zur Kaskade. Ich möchte Ihnen anhand eines ganz einfachen Beispiels bei uns einfach mal darstellen, von einem Produkt, wie wir die Kaskade genutzt haben, ihre volle Wirkung zu entfachen. Wir sehen hier ein Produkt, wir sind hier auf der Wertstromebene, wir sehen hier ein Produkt, das durchläuft fünf Prozessschritte. Drei davon sind technologische Schritte, die in unterschiedlichen Bereichen der Firma abgelaufen sind. Und deswegen haben wir auch eine sensationell schlechte Durchlaufzeit von sechs Tagen, muss man einfach sagen. Und eine Prozesszeit, zwei bis vier Stunden, gut, das kann man jetzt nicht einschätzen, aber sechs Tage, wenn ich sehe, ich bin zwei bis vier Stunden dran, das geht eigentlich nicht. Der Zielzustand war somit ein Stück weit sportlich, also das heißt, ist jetzt einfach ganz einfach aufgeschrieben, wir kommen von sechs Tagen auf der Ergebnissebene, wir wollen auf 25 Minuten. Das ist ein Stück weit ein Hebel, das machen wir nicht, indem wir die Mannschaft verdoppeln, verdreifachen oder sonst irgendwas machen. Nein, die Mannschaft bleibt gleich. Die Prozesszeit müssen wir, um die 25 Minuten zu erreichen, auch dramatisch runterregeln. Auf vier, maximal 25 Minuten, das ist abhängig, wie man eine Technologie wertet, ist es aktiv oder passiv, aber dazu will ich jetzt nicht zu tief eingehen. Das hieß für uns, beim Dokumentieren auch auf Flipcharts mit meiner Krakelschrift, wirklich, um das zu erreichen, um die 25 Minuten hier zu erreichen, müssen alle Prozesse die ambitionierte Vorgabezeit ein Stück weit erreichen. Wie schaffen wir das? Sie sehen wieder die Kaskade, wir kommen jetzt von der Wertstromebene auf die Prozessebene. Wir haben, um die 25 Minuten an der Stelle zu erreichen, sind drei Prozesse vonnöten, die parallel ablaufen müssen. Das heißt, es werden drei Handschuhs an drei unterschiedlichen Themen gecoacht, parallel, um dort schnell zum Ziel zu kommen. Wenn ich das alles hintereinander mache, es dauert ewig. Und wenn etwas dauert, das ist absolut demotivierend. Und deswegen, die Themen, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was so technologisch gemacht wird, die Elektroniker unter Ihnen können mich gerne später fragen, dann erläutere ich das gerne nochmal. Aber drei Themen mussten parallel bearbeitet werden, um dort einfach ein Stück weit näher zu kommen. Das sah dann so aus, dass wir uns Technologien ins Haus geholt haben. Sie sehen hier oben auf der Seite einen Lötrobot. Einen Lötroboter hatten wir vorher nicht im Haus, wir wussten auch nicht, wie das Gerät funktioniert. Wir können zwar Schwall löten und SMD bestücken und löten, aber so einen Roboter haben wir nie beherrscht. Und wir haben auch keinen Ingenieur oder Techniker eingestellt, der so etwas nachher bedient. Das bedient nachher einer, den wir gerade über das Coaching freigemacht haben. Der wird mit der Cutter benutzt, was ist dein Ist-Zustand, was ist dein Ziel-Zustand. Und er lernt dann recht schnell, wie solche Sachen zu bedienen sind. Überspringen von Abteilungsgrenzen. Es war für uns recht logisch, wenn ich möchte, diese einfache, beispielhafte Baugruppe in 25 Minuten zu produzieren, ja dann kann ich nicht mehr in Abteilung denken. Sollte man sowieso nicht. Aber an der Stelle mussten wir es vorher, wir wollten es aber auch an dieser Stelle unbedingt weghaben. Das hieß für uns, in der Elektronik Prozessreinfolgen zu ändern. Thema Lackieren von, also Beschichten von Elektronik ist ein Spezialfall. Hier haben wir es geschafft, dass wir wirklich Reihenfolgen geändert haben. Der Kunde es abgesegnet hat und es am Ende sogar noch funktioniert hat. Da waren wir wirklich erfreut drüber. Schneller lernen, habe ich einfach mal aufgeschrieben. Wieso lernen wir schneller? Ich hatte es ja berichtet, wir haben die Kaskade von unten bis oben. Und wenn ich am Vormittag dran bin, ich weiß, binnen 15 Minuten, wenn ich mit meinen zwei oder drei Abteilungsleitern gesprochen habe, ich kenne alle Probleme, soweit wir sie sauber aufgeschrieben haben. Und was ich noch sehe, das habe ich jetzt nicht mehr darauf geschrieben, ist, ich sehe die Qualität des Coachings. Wenn ich mir die einzelnen grünen oder roten Karten einfach mal anschaue und sehe, wie qualitativ ist das aufgeschrieben, wie sauber ist der nächste Schritt dokumentiert, sehe ich sofort auch, habe ich vielleicht nicht nur in der Kaskade was zu tun, vielleicht muss ich auch in der Qualität des Coachings einfach wieder reingreifen, wenn so ein nächster Schritt ein bisschen verwässert und ein bisschen wischiwaschi ist. Also das sehe ich binnen 15 Minuten. Ich sehe, wie nah sind wir zum Ziel, wie gut bewegen wir uns. Aber ich sehe auch, wie sauber sind wir in der Anwendung der Cutter und was für die Mitarbeiter ganz wichtig ist. Die Mitarbeiter sind dadurch, dass wir die Coaching-Cutter haben, extrem nah oder nicht an uns herangerutscht, wir sind an die Mitarbeiter herangerutscht. Das heißt, wir bewegen uns dahin, wo die Arbeit gemacht wird. Wir stehen in der Produktion und nicht in irgendwelchen schönen Besprechungsräumen. Die Rückmeldung ist sofort da. Das heißt, ich bin ja im Thema, ich spreche jeden Tag mit den Leuten und wenn einer eine Frage hat oder es braucht eine Entscheidung, kann ich mit dem technischen Problem, kann ich damit den Kunden ansprechen? Ja, okay, ich weiß ja, was du vorhast. Du hast es mir ja gerade geschildert, mach das bitte. Was ganz wichtig ist, weil nichts demotiviert mehr, als der Mitarbeiter hat eine Idee, der Mitarbeiter will was machen, das liegt eine Woche auf meinem Schreibtisch. Das mache ich dreimal und dann habe ich einen Mitarbeiter verloren. Ja, dann sagt er, na gut. Gut. Einfach nochmal ein Beispiel für schnelle Entscheidungen binnen 24 Stunden. Wir wollten auf die 25 Minuten kommen. Was wir nicht beherrscht haben, ist das Thema Trocknung von Baugruppen. Sie sagen sich, Mensch, das geht ja einfach, das hat vorher zwei bis vier Stunden gedauert. Wir mussten es aber technologisch einfach in 20 Minuten schaffen. Die Vorgabezeit war brutal und es hieß, ja, okay, wir bräuchten einen Invest von 60.000 Euro und die Maschine hat sechs Meter Länge, anderthalb Meter Breite. Meine Antwort war ja super. Wir haben eine U-Zelle, du hast einen Quadratmeter Platz und das Budget sind 5.000 Euro. Das hat natürlich für helle Begeisterung gesorgt. Aber nachdem man dann einfach mal ein Stück weit standfest ist und die Frage ist, okay, was müssen wir denn genau tun? Ja, ich habe mir die Datenblätter geholt vom Hersteller. Der Lack muss folgende Temperaturkurven durchlaufen. Ja, wie kannst du denn die Temperaturkurven herstellen? Ja, gut. Endergebnis war dann, man baut sich aus ITEM Profilen. Ich glaube, ITEM ist ja irgendwo heute hier. Also wir bauen uns aus Ihren Profilen eine Kabine, kaufen ein Stück weit eine Infrarotstrahler und haben uns einfach so einen Drehteller, wie er auf so einem Kuchenblech ist, ein Stück weit selbst gebaut. Packen die Baugruppe hier rein, dass sie in Waage liegt. Und wenn die Baugruppe einmal den Teller gedreht hat, kommt sie vorne wieder raus, es sind exakt 20 Minuten um und die Baugruppe ist getrocknet und sie passt mit einem Quadratmeter in die Produktionseinheit rein und dann haben sie auch die 25 Minuten erreicht. Und erreichen Sie so ein ambitioniertes Ziel anhand einer Baugruppe. Das haben wir noch an ganz vielen anderen Stellen gemacht. Aber das hat wirklich dazu geführt, man entscheidet extrem schnell. Man ist in den vielen Parallelen, Themen ist man parallel drin, man ist eng an den Leuten, man kennt seine Leute und man kann einfach, weil man weiß, wie sie ticken, man weiß, wie sie agieren, dort einfach sehr, sehr schnell reagieren. Damit bin ich auch schon an meiner letzten, vorletzten Folie angekommen. Vor- und Nachteile der Cutter-Coaching-Kaskade. Für mich ist eins wichtig, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, wir sind enger an der Truppe dran. Wir verstehen unsere Prozesse besser, weil es findet unten statt, hat es vorher auch schon stattgefunden, aber ich weiß viel schneller über das tägliche Coaching, wer hat gerade welche Probleme oder wer hat welche Erfolge. Da macht einer gerade ganz tolle Arbeit, ich sehe das sofort, ich kann auf meinem Weg irgendwo hin, mal hingehen und sagen, du danke, war super, klasse, hätte ich gar nicht gedacht, ich wäre da nie drauf gekommen. Die Ergebnisse genau sind jeden Tag oder sind permanent an der Wand absehbar. Schnittstellenprobleme gibt es einfach nicht. Dadurch, dass man tief im Thema steckt, auch wenn es viele Themen parallel sind, man kann auf der Wand gegebenenfalls nachlesen, sie vermeiden extrem Doppelarbeit. Doppelarbeit. Nachteile. Es erfordert tägliche Coaching-Disziplin. Wenn man es nicht täglich nutzt, wird es nicht richtig funktionieren. Und die Zielentfaltung von oben, vom Unternehmensziel, von Euros, Bestände, über Minuten auf dem Shopfloor, das kostet Zeit. Sie brauchen einfach eine saubere Prozessanalyse, die müssen Sie einfach gemacht haben. Das sind ein Stück weit Nachteile. Je länger ich darüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob es Nachteile sind, weil ich glaube, man sollte seine Firma und seine Prozesse schon zu einem gewissen Grad verstehen. Ein Schlusssatz noch. Also wir machen das jetzt ein Jahr. Wir werden das auch in den nächsten Jahren noch machen. Wir sind überzeugt, dass uns das hilft. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn es einfach ist, hätten wir es ja auch schon vor fünf Jahren gemacht. Das heißt, wir werden damit weiterarbeiten. Wir sind froh, dass wir es kennengelernt haben. Und damit bin ich auch schon am Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was aus der Praxis berichten. Ich sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen heute noch einen spannenden Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.